Wir wollen neue Gebirge erkunden, größere Hänge befahren und einfach coole Abenteuer erleben. Aber dafür müssen wir noch einiges lernen. Jeder hat seine Schwächen und Stärken. Und die Herausforderung ist einfach, dass keiner sich zurückgelassen fühlt. Den Zusammenhalt brauchen wir. Und so eingespielt, wie wir sind, kriegen wir das also hin. Weil jede Gruppe ist am Ende nur so stark wie ihr Zusammenhalt untereinander.